Der Narr liest Ligeia von Edgar Allan Poe Und es liegt darin der Wille, der nicht stirbt. Wer kennt die Geheimnisse des Willens und seine Gewalt? Denn Gott ist nichts als ein großer Wille, der mit der ihm eigenen Kraft alle Dinge durchdringt, der Mensch überliefert sich den Engeln oder dem Nichts, einzig durch die Schwäche seines schlaffen Willens. Joseph Glenville Bei meiner Seele, ich kann mich nicht erinnern, wie, wann und wo ich die erste Bekanntschaft machte der Lady Ligeia. Lange Jahre sind seitdem verflossen, und mein Gedächtnis ist schwach geworden durch vieles Leiden. Vielleicht auch kann ich mich dieser Einzelheiten nur darum nicht mehr erinnern, weil der Charakter meiner Geliebten, ihr umfassendes Wissen, ihre eigenartige und doch milde Schönheit und die überwältigende Beretsamkeit ihrer sanft tönenden Stimme, weil dies alles zusammen, nur ganz allmählich und verstohlen, den Weg in mein Herz nahm, zu allmählich, als dass ich daran gedacht hätte, mir jene äußeren Umstände einzuprägen. Ich habe jedoch das Empfinden, als sei ich ihr zum ersten Mal und dann wiederholt in einer altertümlichen Stadt am Rhein begegnet, und eines weiß ich bestimmt, sie erzählte mir von ihrer Familie, die sehr alten Ursprungs war, Ligeia, Ligeia. Trotzdem ich in Studien vergraben bin, deren Art mehr noch als alles andere dazu angetan ist, mich ganz von Welt und Menschen abzusondern, genügt dies eine süße Wort, Ligeia, vor meinen Augen ihr Bild erstehen zu lassen, das Bild von ihr, die nicht mehr ist. Und jetzt, während ich schreibe, überfällt mich urplötzlich das Bewusstsein, dass ich von ihr, meiner Freundin und Verlobten, der Gefährtin meiner Studien und dem Weib meines Herzens, den Namen ihrer Familie nie erfahren habe, war es ein schalkhafter Streich, den Ligeia mir gespielt hat, war es ein Beweis meiner bedingungslosen Hingabe, dass ich nie eine Frage danach tat, oder war es meinerseits eine Laune, ein romantisches Opfer, das ich auf den Altar meiner leidenschaftlichen Ergebenheit niedergelegt hatte? Der bloßen Tatsache sogar, kann ich mich nur unklar erinnern, was Wunder, dass ich die Gründe dafür vollständig vergessen habe. Und wirklich, wenn jemals der romantische Geist des bleichen und nebelbeschwingten Aschtofet, des götzengläubigen Ägyptens, wie die Sage meldet, über unglückliche Ehen geherrscht hat, so ist es gewiß, dass er meine Ehe stiftete und beherrschte. Immerhin hat mich wenigstens in einem Punkt meine Erinnerung nicht verlassen, die Persönlichkeit Ligeias steht mir heute noch klar vor Augen. Sie war von hoher, schlanker Gestalt, in ihren letzten Tagen sogar sehr hager. Vergebliches Bemühen wäre es, wenn ich eine Beschreibung der Erhabenheit, der würdevollen Gelassenheit ihres Wesens oder der unvergleichlichen Leichtigkeit und Elastizität ihres Schreitens versuchen wollte. Sie kam und ging wie ein Schatten. War sie in mein Arbeitszimmer gekommen, so bemerkte ich ihre Anwesenheit nicht eher, als ich den lieblichen Wohlklang ihrer sanften, süßen Stimme vernahm oder ihre marmorweiße Hand auf meiner Schulter fühlte. Kein Weib auf Erden trug solche Schönheit im Antlitz wie sie. Strahlend schön war sie, wie die Erscheinung eines Traumes, wie eine göttliche, beseligende Vision, doch waren ihre Züge keineswegs von jener Regelmäßigkeit, wie die klassischen Bildwerke des Heidentums sie aufweisen und die man mit Unrecht so übertrieben bewundert. Aber wenn ich auch sah, dass die Züge Ligeias nicht von klassischer Regelmäßigkeit waren, wenn ich auch feststellte, dass ihre Schönheit in der Tat auserlesen war und fühlte, dass viel Seltsamkeit in ihren Zügen lag, so habe ich doch vergebens versucht, dieser Unregelmäßigkeit auf die Spur zu kommen und meine Feststellung des Besonderen zu begründen. Ich prüfte die Kontur der hohen und bleichen Stirn, sie war fehlerlos. Wie kalt klingt doch dieses Wort für eine so göttliche Majestät, für die, wie reinstes Elfenbein schimmernde Haut, die gebieterische Breite und ruhevolle Harmonie dieser Stirn, die sanfte Erhöhung über den Schläfen, die eine üppige Fülle rabenschwarzer glänzender Locken umschmiegte. Ich prüfte die feinen Linien der Nase, nirgends anders als auf althebräischen Medaillons hatte ich ebenso vollkommenes Schönes gesehen. Ich betrachtete den süßen Mund, hier feierten alle Himmelswonnen ihr triumphierendes Fest, ich prüfte die Form des Kinns und fand auch hier in seiner sanften Breite Majestät, Fülle und griechischen Geist und dann vertiefte ich mich in Ligeias große Augen. Von strahlendstem Schwarz waren ihre Pupillen und waren tief beschattet von sehr langen, jetzt schwarzen Wimpern, die brauen, deren Linien kaum merklich unregelmäßig waren, hatten die gleiche Farbe. Die Seltsamkeit aber, die ich in den Augen fand, lag nicht in Form, Farbe oder Glanz, sie muß in ihrem Ausdruck wohlgelegen haben. Der Ausdruck von Ligeias Augen. Was war es, dies etwas, das tief innen, in den Pupillen meiner Geliebten verborgen lag, was war es? Ich war wie besessen von dem Verlangen, es zu entdecken, diese Augen, diese großen, diese schimmernden, diese göttlichen Augen. Ligeia. Es lebte in ihr ein unerhört starker Wille, der während unseres langen Zusammenlebens nie spontan zutage trat, sondern sich nur in einer unglaublichen Anspannung des Denkens, Tuns und Redens zu erkennen gab. Von allen Frauen, die ich je kannte, war sie die äußerlich ruhevolle, die stets gelassen, milde Ligeia, wie keine andere die Beute der tobenden Geier grausamster Leidenschaftlichkeit. Und diese Leidenschaftlichkeit enthüllte sich mir nur im wundervollen Strahlen ihrer Augen, die mich gleichzeitig entzückten und entsetzten, in der fast zauberhaften Melodie Weichheit, Klarheit und Würde ihrer sonoren Stimme und in der flammenden Energie, die in ihren seltsamen, gewählten Worten lag und die im Gegensatz zu der Ruhe, mit der sie gesprochen wurden, doppelt wirkungsvoll waren. Ich erwähnte schon, das umfassende Wissen Ligeias, ihre Kenntnisse waren unermesslich für eine Frau ganz unerhört. Damals sah ich noch nicht, was ich jetzt klar erkenne, dass dies Wissen Ligeias unglaublich, dass es gigantisch war. Wie heftig muss der Gram gewesen sein, mit dem ich einige Jahre später meine so fest gründeten Hoffnungen Flügel nehmen und sich davonschwingen sah. Ohne Ligeia war ich nichts als ein durch Dunkel tastendes Kind. Nur ihre Gegenwart, ihr Erklären, brachte helles Licht in die vielen Mysterien des Transzendentalen, in die wir eingedrungen waren. Wenn dem goldenen, züngelnden Schriftzeichen der leuchtende Glanz ihrer Augen fehlte, wurden sie matter als stumpfes Blei. Und seltener, und seltener fiel nun der Strahl dieser Augen auf die Blätter, über deren Inhalt ich brütete. Ligeia wurde krank, die herrlichen Augen strahlten in übernatürlichen Flammen, die bleichen Hände wurden Wachsfarben wie bei einem Toten, und die blauen Adern auf der hohen Stirn hoben sich und pochten ungestüm bei der geringsten Aufregung. Ich sah, dass sie sterben musste, und mein Geist rang verzweifelt mit dem grimmen Todesengel, noch angestrengter als ich rang zu meinem Erstaunen das leidenschaftliche Weib. So manches in ihrer ernsten Natur hatte in mir den Glauben gezeigt, dass für sie der Tod keine Schrecken haben werde, doch dem war nicht so. Es gibt keine Worte, die auch nur annähernd die Wildheit ihres Widerstandes beschreiben könnten, denen sie dem Schatten Tod entgegensetzte. Ich stöhnte gequält bei diesem mitleiderregenden Anblick. Ich wollte besänftigen, aber gegenüber der unheimlichen Gewalt, mit der sie nur leben, nur leben, nichts als leben wollte, schienen Trost und Zuspruch unsäglich albern. Aber obwohl sich ihr feuriger Geist so wild gebärdete, bewahrte sie die Hoheit ihres äußeren Wesens bis zum letzten Augenblick, dem Augenblick des Todeskampfes. Ihre Stimme wurde noch sanfter, wurde noch tiefer, dennoch möchte ich jetzt bei dem grausigen Sinn der Worte, die sie in aller Ruhe sprach, nicht nachdenkend verweilen. Mein Geist, der diesen überirdischen Tönen hingerissen lauschte, diesem Hoffen und Ringen dieser gewaltigen Sehnsucht, wie nie zuvor ein Sterblicher sie fühlte, taumelte und verwirrte sich. Dass sie mich liebte, daran hatte ich nie gezweifelt, auch konnte ich mir wohl sagen, dass die Liebe eines solchen Herzens nicht mit gewöhnlichem Maß zu messen sei, aber erst in ihrem Sterben erhielt ich von der wahren Kraft ihrer Liebe den vollen Eindruck. Lange Stunden hielt sie meine Hand und schüttete vor mir das Überfluten eines Herzens aus, dessen mehr als leidenschaftliche Ergebenheit an Anbetung grenzte. Wie hatte ich es verdient, mit solchen Bekenntnissen gesegnet zu werden, und wie hatte ich es verdient, durch den Verlust der Geliebten verdammt zu werden, in der nämlichen Stunde, da sie mir diese Bekenntnisse machte? Doch ich kann es nicht ertragen, von diesen Dingen zu sprechen. Nur eines lasst mich sagen, ich erkannte in Ligeias mehr als weibliche Hingabe an eine Liebe, die ich gar so wenig verdiente, den wahren Grund für ihr so tiefes, so wildes Begehren nach dem Leben, dem Leben, das jetzt so eilend entfloh. Für dies wilde Sehnen, für diese Gier und Gewalt des Verlangens nach Leben, nur nach Leben, finde ich keine Ausdrucksmöglichkeit, keine Worte gibt es, die es sagen könnten. In der Nacht ihres Scheidens ließ sie mich nicht von ihrer Seite. O Gott, schrie Ligeia, sprang vom Bett auf und reckte die Arme empor, Gott, Gott, o göttlicher Vater, muss das immer unabänderlich so sein, soll dieser Sieger nie, niemals besiegt werden, sind wir nicht Teil und Teile von dir, wer, wer kennt die Geheimnisse des Willens und seine Gewalt, der Mensch überliefert sich den Engeln oder dem Nichts einzig durch die Schwäche seines schlaffen Willens. Und nun, wie von innerer Bewegung überwältigt, ließ sie die weißen Arme sinken und kehrte feierlich auf ihr Sterbebett zurück, und als sie die letzten Seufzer hauchte, kam gleichzeitig ein leises Murmeln von ihren Lippen, ich legte das Ohr an ihren Mund und vernahm wieder die Schlussworte des glanwilschen Ausspruchs. oder dem Nichts einzig durch die Schwäche seines schlaffen Willens. Sie starb, und ich, den der Gram völlig zermalmt hatte, konnte nicht länger die einsame Verlassenheit meiner Behausung in der düsteren und verfallenen Stadt am Rhein ertragen. Ich hatte keinen Mangel an dem, was die Welt Besitz nennt. Ligea hatte mir viel mehr, so viel mehr gebracht, als für gewöhnlich einem sterblichen Zufeld. So kam es, dass ich nach einigen Monaten planlosen und ermüdenden Umherwanderns in einer der wildesten und abgelegensten Gegenden des schönen Englands, eine alte Abtei, deren Namen ich nicht nennen möchte, käuflich erwarb und instand setzte. An dem Abteigebäude selbst mit seinem verwitterten und erblühendem grün verborgenen Mauerwerk nahm ich keine Veränderungen vor, dagegen widmete ich mich mit kindischem Eigensinn und vielleicht auch in der schwachen Hoffnung, meinen Kummer so zu zerstreuen, der Ausstattung der Innenräume und entfaltete hier eine ganz ungewöhnliche Pracht. Ich hatte schon als Kind Geschmack an solchen Torheiten gefunden, und jetzt, da mich mein Kummer wieder hilflos machte, stellte sich jener kindliche Trieb von Neuem ein, Ich fühle, wie viel Spuren von Geistesverwirrung sogar in den prunkhaften und fantastischen Draperien in den feierlichen ägyptischen Schnitzereien in den grotesken Möbeln in den tollen Mustern der goldgewirkten Teppiche zu finden war. Ich lag ein gefesselter Sklave in den Banden des Opiums und meine Handlungen und Anordnungen hatten den Charakter meiner Träume angenommen. Doch ich will nicht bei der Beschreibung dieser Torheiten verweilen. Lasst mich nur von jenem einen verfluchten Gemach sprechen, in das ich in einem Anfall von geistiger Umnachtung sie als mein angetrautes Weib führte, als die Nachfolgerin der unvergessenen Ligeia, sie, die blondhaarige und blauäugige Lady Rowena, Trevanion of Tremaine. Das Zimmer lag in einem hohen Turm der burgartig gebauten Abtei, es war ein fünfeckiger Raum von beträchtlicher Größe, die ganze Südseite des Fünfecks nahm das einzige Fenster ein, eine ungeteilte riesige Scheibe venezianischen Glases von bleifarbener Tönung, so dass Sonnenlicht wie Mondglanz über die Gegenstände des Zimmers nur einen gespenstischen Schein gossen. Das düstere Eichenholz der außerordentlich hoch gewölbten Zimmerdecke war mit Schnitzereien in halb überladen, genau aus dem Mittelpunkt dieser melancholischen Wölbung hing an einer einzigen goldenen lang gegliederten Kette ein mächtiger goldener Kronleuchter in Form eines Weihrauchbeckens, aus dem wie lebhafte Schlangen fortwährend die buntesten Flammen züngelten. In jeder Ecke des Zimmers stand aufrecht ein riesiger schwarz granitiner Sarkophag, den unsterbliche Skulpturen schmückten, die aus den Königsgräbern von Luxor stammten. Aber noch mehr als in allem anderen waltete meine unheimliche Fantasie in der Wandverkleidung des Gemachs, die unverhältnismäßig hohen Wände waren von der Decke bis zum Fußboden mit faltenreichem schweren Goldstoff verhangen, der in unregelmäßigen Zwischenräumen arabeskenartige Figuren von einem Fuß Durchmesser trug, die aus tiefschwarzem Stoff gearbeitet waren. Der gespenstische Eindruck wurde noch erhöht durch einen künstlich hinter die Draperien geführten ununterbrochenen Luftzug, der dem Ganzen eine rastlose und abscheuliche Lebendigkeit verlieh. In solchem Raum also, in solchem Braut Gemach verlebte ich mit Lady Rowena of Tremaine die gottlosen Stunden unseres Honig Mondes ohne viel Aufregung. Dass mein Weib vor meiner Übellaunigkeit Furcht hatte, dass sie mir aus dem Wege ging und mir nur wenig Liebe entgegenbrachte, konnte mir nicht entgehen. Aber gerade das freute mich mehr, als wenn es anders gewesen wäre. Ich verabscheute sie, ich hasste sie mit einer Inbrunst, die geradezu teuflisch war. Mein Erinnern floh mit welch tiefem Leitgefühl zu Ligea zurück, der Geliebten, der Heeren, der Schönen, der Begrabenen, ich schwelgte im Gedenken ihrer Reinheit und Weisheit ihres Erhabenen, ihres himmlischen Wesens, ihrer Leidenschaftlichen, ihrer Anbetenden Liebe. Jetzt lote in meiner Seele noch wildere, noch heißere Flamme, als sie in ihr in Ligea gebrannt hatte. In den Ekstasen meiner Opiumträume, ich lag jetzt fast immer im Bann dieses Giftes, rief ich wieder und wieder ihren Namen durch das Schweigen der Nacht oder bei Tag durch die schattigen Schluchten der Landschaft. Es war, als ob das wilde Verlangen, die tiefernste Leidenschaft des verzehrenden Feuers meiner Sehnsucht nach der Dahingegangenen sie auf die Erde zurückführen müßten, die sie, ach, konnte es denn für ewig sein, verlassen hatte. Im zweiten Monat unserer Ehe wurde Lady Rowena plötzlich von einer Krankheit befallen, von der sie nur langsam genas. Zehrendes Fieber machte ihre Nächte unruhig, und in ihrem aufregenden Halbschlummer redete sie von gespenstischen Launen und Schatten, die im Turmzimmer und in seiner nächsten Umgebung sich vermehren und sich sehen ließen. Ich hielt diese Äußerungen für Einbildungen einer kranken Fantasie, die allerdings durch das unheimliche Zimmer geweckt sein konnte. Sie erholte sich schließlich wieder und genas endlich völlig, doch nur für kurze Zeit, denn bald warf ein zweiter heftiger Anfall sie von neuem aufs Krankenlager und von diesem Rückfall erholte sie, die ohne dies von zarter Gesundheit war, sich nie mehr vollständig. Die Krankheitserscheinungen, die dem zweiten Anfall folgten, waren sehr beunruhigend und spotteten aller Wissenschaft und aller Bemühungen der Ärzte. Mit dem Anwachsen ihres chronischen Leidens, das ersichtlich schon tiefer wurzelte, als dass man ihm mit Medikamenten erfolgreich hätte beikommen können, bemerkte ich auch eine Steigerung ihrer nervösen Reizbarkeit und ihres schreckhaften Entsetzens bei ganz nichtigen Anlässen. Sie sprach wieder und häufiger und hartnäckiger von den Lauten, den ganz leisen Lauten, von den seltsamen Schatten, die sich an den Wänden regten. In einer Nacht, es war gegen Ende September, ließ sie meine Aufmerksamkeit mit mehr als gewöhnlichem Nachdruck auf diese peinigenden Ängste hin. Sie war soeben aus unruhigem Schlummer erwacht und ich hatte, halb in Besorgnis und halb in Entsetzen, das Arbeiten der Muskeln in ihrem abgemagerten Gesicht beobachtet. Ich saß seitwärts von ihrem Ebenholzbett auf einer der indischen Ottomanen. Sie richtete sich halb auf und sprach in eindringlichem leisen Flüstern von Lauten, die sie jetzt vernahm, die ich aber nicht hören, von Bewegungen, die sie jetzt sah, die ich aber nicht wahrnehmen konnte. Der Wind wehte hinter der Wandverkleidung in hastigen Zügen und ich hatte die Absicht ihr zu zeigen, was ich allerdings, wie ich bekenne, selbst nicht ganz glauben konnte, dass dieses kaum vernehmbare Atmen, diese ganz geringen Verschiebungen der Gestalten an den Wänden nur die natürliche Folge des Luftzuges seien. Doch ein tödliches Erbleichen ihrer Wangen ließ mich einsehen, dass meine Bemühungen, sie zu beruhigen, fruchtlos sein würden. Sie schien ohnmächtig zu werden und keiner der Dienstleute war in Rufnähe. Da erinnerte ich mich einer Flasche leichten Weins, den die Ärzte verordnet hatten und eilte quer durchs Zimmer, um sie zu holen. Als ich aber unter den Flammen des Weihrauchbeckens angekommen war, erregten zwei sonderbare Umstände meine Aufmerksamkeit. Ich fühlte, dass ein unsichtbares, doch greifbares etwas leicht an mir vorbeistreifte und ich sah, dass auf dem goldenen Teppich, genau in der Mitte des reichen Glanzes, den die Ampel darauf niederwarf, ein Schatten, ein So zart war er, dass man ihn für den Schatten eines Schattens hätte halten können, aber ich war infolge einer ungewöhnlichen großen Dosis Opium sehr aufgeregt und achtete diese Erscheinungen kaum, erwähnte sie auch Rowena gegenüber nicht. Ich fand den Wein, schritt quer durchs Zimmer, ans Bett zurück, füllte ein Glas und brachte es an die Lippen der nahezu ohnmächtigen Kranken. Sie hatte sich ein wenig erholt und ergriff selbst das Glas. Ich sank auf die nächste Ottomane und sah gespannt zu meinem Weib hinüber. Da geschah es, dass ich deutlich einen leisen Schritt über den Teppich zum Lager hinschreiten hörte und eine Sekunde später, als Rowena den Wein an die Lippen führte, sah ich oder träumte, dass ich es sah, wie aus einer unsichtbaren Quelle in Roten Flüssigkeit in den Kelch fielen. Ich sah dies, Rowena sah es nicht. Sie trank den Wein ohne Zögern und ich unterließ es, ihr von der Erscheinung zu sprechen, die, wie ich mir nach reiflicher Überlegung sagte, vielleicht nur eine Vorspiegelung meiner lebhaften Einbildungskraft gewesen war, die durch die Äußerungen der Leidenden, durch das Opium und durch die späte Nachtstunde krankhaft erregt sein musste. Dennoch konnte ich mir nicht verhehlen, dass die Krankheit meiner Frau, nachdem sie den Becher gelehrt hatte, eine rapide Wendung zum Schlimmsten nahm, und in der dritten Nacht darauf kleideten die Dienerinnen Lady Rowena in das Leichengewand und in der vierten Nacht saß ich allein bei ihrem Leichnam in dem seltsamen Gemach, in das sie als meine Braut eingetreten war. Wilde Visionen, eine Folge des Opiumgenusses umschwebten mich wie Schatten, meine Blicke musterten unruhig die in den Ecken des Zimmers aufgestellten Sarkophage, die veränderlichen Gestalten des Wandteppichs und die züngelnden buntfarbigen Flammen des Weihrauchbeckens mir zu häupten, ich erinnerte mich der sonderbaren Erscheinungen jener Nacht, in der über das Leben Rowenas entschieden wurde, bestrahlte Stelle des Teppichs, wo ich damals den schwachen Schein eines Schattens bemerkt hatte. Es ließ sich jedoch nichts mehr sehen, und ich wandte mich aufatmend ab und heftete meine Blicke auf das Bleiche und starre Antlitzte aufgebahrten. Da überfielen mich tausend liebe Erinnerungen an die Gea, und über mein Herz stürzte mit der Wucht eines Gießbaches das ganze unsagbare Weh, mit dem ich sie im Leichentuch gesehen saß ich und starrte Rowena an, das Herz geschwellt vom Gedenken an die Einzige, die himmlische Geliebte. Es mochte gegen Mitternacht sein, vielleicht etwas früher oder später, ich hatte der Zeit nicht geachtet, als ein leiser, zarter, aber deutlich wahrnehmbarer Seufzer mich aus meinen Träumen aufschreckte, ich fühlte, dass er vom Ebenholzbett herkam, vom Totenbett, ich lauschte in angstvollem, abergläubischem Entsetzen, aber der Laut wiederholte sich nicht, ich strengte meine Augen an, um irgendeine Bewegung des entseelten Körpers wahrzunehmen, nicht die mindeste Regung war zu entdecken, dennoch konnte ich mich nicht getäuscht haben, ich hatte das Geräusch, wie schwach es auch gewesen sein mochte, tatsächlich vernommen, und meine Seele war erwacht und lauschte. Ich heftete meine Augen durchdringend und mit aller Konzentration auf den toten Leib, viele Minuten vergingen, ehe sich auch nur das Geringste ereignete, das Licht in dies Geheimnis bringen konnte, endlich sah ich ganz deutlich, dass ein leiser, ein ganz schwacher und kaum wahrnehmbarer Hauch sowohl die Wangen wie auch die eingesunkenen feinen Adern der Augenlider gerötet hatte, ein namenloses Grausen, eine wahnsinnige Furcht, für die es keine Worte gibt, ließ mich auf meinem Sitz zu Stein erstarren und lähmte das Pulsen meines Herzens und doch gab mir schließlich ein gewisses Pflichtgefühl meine Selbstbeherrschung zurück. Ich konnte nicht länger daran zweifeln, dass wir in unserem Vorgehen allzu vorehrlich gewesen waren. Ich konnte nicht länger daran zweifeln, dass Rowena lebte. Man musste sofort Wiederbelebungsversuche anstellen, doch der Turm lag ganz abseits von den anderen Gebäuden, in denen die Dienerschaft untergebracht war. Keiner der Leute befand sich in Hörweite, wollte ich sie zu meiner Hilfe herbeiholen, so hätte ich das Zimmer auf viele Minuten verlassen müssen, das aber durfte ich nicht wagen. Ich bemühte mich daher allein, die Seele, die noch nicht ganz entflohen schien, wieder Bleicher, noch als Marmor erschienen, die Lippen schrumpften ein und kniffen sich zusammen und trugen den grässlichen Ausdruck des Todes. Kälte bereitete sich schnell über den ganzen Leib, der überdies vollständig steif und starr wurde. Schaudernd sank ich auf das Ruhebett zurück, von dem ich in so fassungslosem Schrecken aufgescheucht worden war und gab mich von neuem leidenschaftlichen wachen Visionen hin, in denen ich Ligeia vor mir sah. So war eine Stunde verstrichen, als ich konnte es möglich sein, ein zweites Mal von der Gegend des Bettes her einen schwachen Laut vernahm. Ich lauschte in höchstem Grauen, der Ton wiederholte sich, es war ein Seufzer. Ich eilte zur Leiche hin und sah, sah deutlich, dass die Lippen zitterten. Eine Minute später öffneten sie sich und legten eine Reihe Perlen schöner Zähne bloß zu der tiefen Furcht, die mich bis jetzt gebannt hielt, gesellte sich nun auch Bestürzung. Ich fühlte, wie es dunkel vor meinen Augen wurde, wie meine Gedanken wanderten und nur durch eine gewaltige Anstrengung gelang es mir, mich für die Aufgabe, auf die mich die Pflicht nun wiederum hinwies, zu stählen. Sowohl auf der Stirn wie auf Wangen und Hals war jetzt ein sanftes Glühen zu bemerken. Eine fühlbare Wärme durchdrang den ganzen Körper am Herzen ließ sich sogar ein leichter Pulsschlag spüren. Die Tote lebte und mit doppeltem Eifer unterzog ich mich den Wiederbelebungsversuchen. Ich rieb und berührte die Schläfen und die Hände und wandte alles an, was Erfahrung und eine gute Belesenheit in medizinischen Dingen erdenken konnte, doch vergeblich. Plötzlich verschwand die Farbe der Pulsschlag hörte auf, die Lippen nahmen wieder den Ausdruck des Todes an, und einen Augenblick danach hatte der Körper die frostige Eiseskälte, den bleiernden Farbton, die vollkommene Starre, die eingesunkenen Formen und all die Eigenschaften dessen, der schon seit vielen Tagen ein Bewohner des Grabes gewesen war. Und wieder versank ich in Träume von Ligeia und wieder, was Wunder, dass ich beim Schreiben jetzt noch schaudere, wie der Drang vom Ebenholzbett her ein leiser Seufzer an mein Ohr, aber warum soll ich die unaussprechlichen Schrecken jener Nacht in allen Einzelheiten schildern, warum soll ich darüber nachsinnen, wie ich es ausmalen könnte, wie bis zur Morgendämmerung dies fürchterliche Drama des Wiederbelebens und des Wiederabsterbens sich fortsetzte, wie jeder schreckliche unsichtbaren Feind erschien und wie jeder Kampf ich weiß nicht, was für eine gerästliche Veränderung in der Erscheinung des Körpers nach sich zog, lasst mich zum Schluss eilen. Der größte Teil der furchtbaren Nacht war dahin gegangen und sie, die tot gewesen, rührte sich wieder und die Lebenszeichen waren jetzt kräftiger als bisher, obgleich sie vordem in eine Auflösung gesunken war, die stärker schien als alle früheren. Ich hatte es schon längst aufgegeben, mich zu bemühen, mich überhaupt noch zu rühren, ich saß erstarrt auf der Ottomane eine hilflose Beute wilder Aufregungen, deren geringste eine maßlose Angst war, der Leichnar, mich wiederhole, es rührte sich und war lebhafter als bisher, die Farben des Lebens schossen mit unglaublicher Energie ins Antlitz, die Glieder wurden wieder beweglich und wenn die Augenlider nicht noch immer fest geschlossen geblieben wären, der Leib nicht noch immer still in seinen Grabtüchern und Bändern dargelegen hätte, so hätte ich glauben müssen, dass Rowena sich endgültig aus den Fesseln des Todes befreit habe. Doch wenn bis dahin dieser Gedanke noch entschieden zurückgewiesen werden musste, so schwanden alle Zweifel, als noch körperlich sichtbar und fühlbar sich in die Mitte des Zimmers vorbewegte, ich zitterte nicht, ich rührte mich nicht, denn ein Schwarm seltsamer Empfindungen, die sich an das Aussehen, die Gestalt und ihre Bewegungen knüpften, hatte mein Hirn überfallen und mich ganz gelähmt. Ich rührte mich nicht, doch meine Blicke hingen an der Erscheinung, meine Gedanken taumelten wie im Wahnsinn, trubten und ließen sich nicht halten und bändigen, konnte das wirklich die lebende Rowena sein, die mir da gegenüber stand? Konnte es überhaupt Rowena sein, die blondhaarige, blauäugige Lady Rowena Trevenian of Tremaine? Warum, warum sollte ich es bezweifeln? Die Binde lag fest um den Mund, aber warum sollte es nicht der Mund, der atmende Mund der Lady of Tremaine sein? Und die das Kinn mit den Grübchen der Gesundheit war es nicht das Ihre? Aber war sie denn in ihrer Krankheit gewachsen? Welch unaussprechlicher Wahnsinn fasste mich bei dem Gedanken ein Sprung und ich lag zu ihren Füßen. Sie wich meiner Bemühung aus und die grässlichen Leintücher, die den Kopf umschlossen, lösten sich, fielen nieder, in die wehende Atmosphäre des Gemachs strömten Wogen aufgelösten Haares, es war schwärzer als die Rabenschwingen der Mitternacht. Und nun öffneten sich langsam die Augen der Gestalt, die dicht vor mir stand. Hier, hier, endlich, schrie ich laut, kann ich mich niemals, niemals irren, dies sind die großen und schwarzen und wilden Augen meiner verlorenen Geliebten, die Augen der Lady Ligea.